Hi Leute! Ups, ich verziehe erst mal die Maus. Willkommen zu Borderlands! Yay, es geht weiter! Borderlands, endlich! Nächste Aufnahmesession und von da vorne wurden wir gerade befassen. Während dem Soundshake so ein Rüpfel. So. Letztes Mal sah es ja schon echt geil aus. Also da haben uns ja die Airlines hier angegriffen. Au! Aua, und das tun sie auch immer noch. Was, warum treffe ich den nicht? Ah doch. Bäm, stirbt du Kartoffel! Oh, passt auf, die macht keinen Heiden Damage, ey. Fire No! Alter, das Ding schießt viel zu lang. Boah, älter Vater. So, ähm. Ich bin ganz schön down. Ja, ich... 83er Heilgranate liegt hier rum. Auch ordentlich was abbekommen. 416er Schild. Und ne 74er, was? Regengranaten. Oh, das klingt interessant. Möchte jemand oder darf ich? Kannst du gerne nehmen. Nimm ruhig. Oh ne. Oh ne. Dann nehm ich die Heilgranaten mit. Äh, Juvie, suchst du uns mal ne Quest raus, weil das Runde überlebt, das war ja jetzt glaube ich nicht aktuell, oder? Äh, war das hier? Wir haben auch immer noch zwei Quest, die wir abgeben müssen. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall aktuell in diesem Gebiet. Ähm. Ich glaube, wir waren hier aber irgendwo anders beschäftigt, oder nicht? Moment, ich guck mal eben, in welchem Gebiet das hier genau jetzt gerade ist. Ja, Juvie, checkt mal wieder die Gegend. Ui. Ich guck mal ein Schild rum, denn soll mich jetzt einfach meine verkaufen. Ähm. Ich weiß jemand wie das Gebiet gerade heißt? Ich nicht. Äh, ich hab schon das Richtige gefunden. Ich hab schon das Richtige gefunden. Ich hab die aktuelle Quest drin. Okay. Dann kann ich erst mal schnell verkaufen. Hm, das haben wir ja noch. Hier geht doch gleich schon wieder los. Nein. Halt. Wartet auf mich. Ich bin noch grad noch mal verkaufen, während Juvie die Quest raus sucht. Das hätt ich eigentlich auch noch mal machen müssen, aber er ist jetzt egal. Okay. Okay. Ich glaub, seid ihr bereit hier? Ja, wir bist hier hoch. Ein bisschen, äh, Aufwand arbeiten zu sagen. Und, 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 uh. Vöglein, flieg! Also man merkt schon ganz deutlich, dass die deutlich, äh, stärker sind. Da hinten steht wieder was. Ja, da hinten stehen noch mehr. Hier oben ist ne Muni-Kiste und ein paar Spindel. Achso, dann bin ich irgendwie dran vorbeigeraten. Muni ist gut. Was liegt denn da? Ich öffne einfach mal ganz frech. Deiner Gift-Gift-Waffen. Weil wir erinnern uns vom letzten Mal, Gift-Waffen sind gut gegen die. Ja. In dem Fall stimmt das auch. Das hat man aufgerichtet. Oh. Ähm. 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 Gift-Vogel! Ich hab'n medikit gefunden! Ja, medikit gefunden! Medikit gefunden! Red! ich habe hier ist die gefunden hat mit muni drin ich habe das orangen ist gefunden was ist ein medikett ja war was so ganz gut gefunden hat mir das geld Ich bin nicht verarscht, du bist bei mir. Tut mir leid. Achso, wir müssen da hinten rein. Jo. Anscheinend. Ich sag das doch. Wir müssen hier rein. Ich hab meine Tür aufgemacht. Danke. Wo seid ihr hier rein? Ach da. Durch die Tür. Lass mal mich vor. Okay. Geh die Tür. Wir sind alleine, Askandra. Ich höre ihn lachen. Du solltest ernsthaft über eine Therapie nachdenken. Oh, apropos, wir sind alleine, Askandra. Hier sind zwei Betten für uns. Geh aus der Tür. Askandra braucht auch schon zwei Betten für sich. Hör. Hör. Naja, übereinander sind die glaube ich nicht so cool. Naja, er legt sich ins obere und bricht ins untere durch. Drück auf die Knöpfe hier. So. Ich hab eine Konsole reaktiviert. Ob das so gut war? Ich bin mir unsicher. Ja, ja. War schon gut. Ist ja unsere Aufgabe. Ich hab ne Tür geöffnet. Hey, guck mal, ich hab ne Waffenkiste gefunden. Waffenkiste! Waffenkiste! Ich hab sie aufgemacht. Das ist ne Affenkiste. Wow. Der evil Rocket Launcher. Der macht zum Glück überhaupt keinen Schaden. Nein, nein. Es wird immer wieder Zeit, dass ich was neues kriege. Hallo, nur 724? Was ist das denn für ne Pussywaffen? Der Erste sind so ein Kindergeschoss, weißt du? Ja. Das ist ein schlau, schlau Geschoss. Nicht mit diesen Mini-Psychopathen? Nein, nein. So, jetzt müssen wir wieder raus. Erste! Zweiter! Ne, ich bin schon draußen, meine ich. Ja. Achso, du bist auch draußen? Bist du auch vom Dach gesprungen? Äh, nein. Ich hab Skill. Weißt du? Ich hab auch Skill. Ich springe vom Dach. Guck, guck. Warte. Danke für die Sprengung. Scouten wir die Gegend aus, du Depp. BAM! So. Ich hab dir gerade ne komplette Ladung von meiner Schroti ins Gesicht geschossen. Das ist tragisch. Da weine ich jetzt fast. Wir müssen da sein. Ich hab ne total lustige Idee. Hm? Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Wer will mitfahren? Ja, bin schon drinnen. Ja, wir müssen hier lang, ne? Das ist euch klar. Oder? So, Endstation. Aussteigen bitte. Mann, das hat sich ja fast gelohnt. Das war total cool. Ich kann Raketenwehr verschießen. Und schon hat sich's gelohnt. Ja, siehste. Ich kann auch so Raketenwehr verschießen. Achso. Wir aktivieren jetzt hier diese, diese grünen, diese Sensordinge oder was? Also diese, diese Dioden hier. Weil eine leuchtet jetzt grün. Hat die vorhin auch schon grün geleuchtet? Ne, zwei leuchten. Aber da leuchten zwei grünen. Das hat anscheinend nichts zu sagen. Hat sich erledigt. Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Ach, ich bin richtig gelaufen, ja? Ja. Ich lauf' aus Prinzip andersrum. Denn hier ist ein Safe Point. Den ihr niemals gefunden hättet. Wow! Ähm, Ballers bei Safe Points sind meistens auch nicht. Ich hab'n Gatling-Geschütz gefunden. Kannst du das mit damit umgehen? Okay, wer hat grad auf mich geschossen? Niemand. Bäm, stirbt Gatling-Geschütz. Da ist mein Vater getötet. Bayern hol! Was kann man auch boxten das hin? Ja, ne? Bisschen ja. Oben auf dem Dach sind auch welche, ne? Oso, das ist Fluch. Ist von oben. Äh, schießen wir erst mal drauf. Kommt ja halt. Los, Vogel! Wo sind da einer? Nein. Quatsch. Keine Muni mehr für meinen Sniper. Neun. Aber wer ist damit? Aber wer ist damit? Ähm. Okay. Oh Mann. Alter, was droppen die denn auf irgendwelche fette Granaten? Sniper-Money. Mehr Sniper-Money. Mehr Sniper-Money. Mehr Sniper-Money. Hab ich schon ne Wann-Sniper? Ach, ne, doch nicht. Ah, aber hier. Hm. So Maschinen kann ich nicht mehr sein. Aha, ne Waffenkiste. Nein, ne Munizierungskiste. Ist das Sniper-Money drin? Nein. Scheiße. Das ist keine verdammte Waffenkiste. Tür auf! Ach, Tür? War da die Tür? Jetzt bin ich da auch dran vorbeigelaufen. Ach, da? Warum geht die nicht auf? Ich glaub, die ist verschlossen. Die Männer haben sich eingesperrt. Scholl. Kann doch gar nicht sein, oder? Okay, dann geh ich hier rum. Ich geh außen rum. Also hier ist keine Tür. Bei euch? Ne. Aber da kann man hochgehen, oder? Ich bin drin! Äh, super. Wo bist du lang? Die Treppe hoch wahrscheinlich. Ja, haha, die Konsole ist aktiv. Ich bin der Beste. Jetzt geh ich. Wo bist du denn reingegangen? Oben rum. Übers Dach einfach direkt. Ach so. Ah, ist klar. Oh, ein Mülleimer! Ich durchstümmer den mal. Irgendwelche Muni. Wer ist meine Tür? Ey, ne Waffenkiste. Meine Waffenkiste! Nicht wirklich, oder? Halt mal auf Sachen zu plündern. Nicht wirklich, oder? Das ist voll meine Kiste. Ich hab mir keine Ahnung. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Ich hab die Tür nochmal aufgemacht, ne? Nein! Meine Tür! Weg von meiner Tür! Ich hasse euch! Eine haben wir noch übrig. Okay, da lang. Da oben dann überall irgendeinen Hang oder eine Brücke oder sowas. Jupp! Da hast du recht! Moment hier. Reloaden! Latsch, latsch, latsch! Also ich find die Bäume hier auf die Entfernung mit dem Mond, also mit diesem Mond da im Hintergrund sehen echt geil aus. Ganz andere Sorgen. Echt, was denn? Steht da? Jogi hat seine Wegel gekriegt. Also ich hör, ich hör nur einen schreien hier. Oh, jetzt lacht er. Hat sich erledigt, hier ist Lager. Hier kommt's. Mach mir die weg. Da fliegt was. Da fliegt wirklich was. Das sieht nicht nett aus. Wo? Irgendwelche Sera-Wächter. Wo fliegt da was? Ach, da hinten. Auf der Brücke. Da schießt mir sie einfach ab. Weck geschossen. Hey, level ab. Alter, irgendwas hat mich getroffen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, doch. Du bist Kommund-Chef. Du hast ihn noch nie gesehen. Medikett. Sind die doch Medikett-Ballers? Wo? Mal legen wir ganz los. Granat. Weiß ich das doch. wie du es selber brauchst. Sepp. Du hast doch so gerne. Nein. Ich teile nicht gerne. Ich war nicht mit euch. Den Gettelgeschütz. Da habe ich vor jedem von den Kürn. Säp. Du hast ihn doch so gerne. Nein. Flieglein, flieg! Okay, hier können wir es nicht umgehen. Hier müssen wir wahrscheinlich durchs Haus rufen. Ja. Würde ich mal auftippen. Okay, in Häusern kämpfen. Schrotflinte. Flo, ein Revolver für dich. Hier, hier. Revolver. Uh, auch so ein Zweischuss-Ding, aber egal. Ah, die laden so schnell nach. Achtung, Kinder, ich aktiviere den letzten Transp... ...Transmitter. Wollen wir mal? Ich gebe mal eine Nachricht. Kann jemand lieber mit uns machen? Hallo? Ja, der Rekorder. Wo müssen wir das denn abliefern? Ah, wieder in der Basis. Bäm, bäm, bäm. Guck mal, Nazi! Du siehst nicht gut aus, Junge. Nachschub ist immer gut. Das ist ein Sniper. Also eine Jägereine, eine Jägerkiste. Das Team ist scheiße. Wenn es einer will. Was ist das hier? Aber eventuell mal gucken. Das wird schon wieder raus aus dem Gebiet. Ich glaube, fast ja, ne? Scheinst du? Brauchen Automaten. Kommen wir jetzt dran vorbei. Das ist schön. Yay, Automaten! Die Dinger lagen hier wirklich schnell danach. Wir dachten schon, wir wären fast durch. Tja, irgendwie irre, ne? Ja. Aber ich habe mich da irgendwie so darauf eingestellt. Ja. So von wegen, ob wir jetzt noch 10 Minuten spielen, dann war es das. Jetzt haben wir es ja fast. Aber ich habe gelesen, bis Level 50 geht es normalerweise, ne? Auch Main-Quest-technisch, dass man da durchkommt? Ich weiß ja nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das Max-Level 50 ist. Äh, 50 oder 60? Kann es auch über 50 sein. Gibt nie Erfolg dafür. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so ein DLC möglich ist. Würde ich fast vermuten. Ja. Äh, hier, oder? Ne. Was ist denn, ich starte keine Loading-Screens? Wo bin ich hier eigentlich? Da oben. Da oben. Da oben. Da oben.